Jo, hallo und willkommen mal wieder auf meinem Kanal INKEF, mal wieder aus der Perspektive. Das ist jetzt das vierte Video, by the way, was ich aufnehme. Das vierte Real Talk Video hintereinander, was ich aufnehme, weil es gibt so viel Gesprächsbedarf angehend. Deswegen dachte ich mir, ja, ich werde euch jetzt mal erzählen, ob mir YouTube Spaß macht, was mir Spaß macht, wie es früher war, wie es heute ist. Ich denke, das ist so ein Ding, das haben sich auch einige gefragt, weil es gab halt so eine demotivierende Phase vor einem Dreivierteljahr. Da hat es mir halt gar keinen Spaß gemacht. Und ja, wir können eigentlich erst mal darauf eingehen, wie es bei mir am Anfang war auf meinem Kanal. Also ich habe ja 2017 meinen Kanal sozusagen gegründet und ich hatte halt extrem viel Spaß auf YouTube. Ich hatte so viel Motivation. Es ging gut voran. Dann hatte ich im Oktober so die Zeit, wo ich bei mir De-Abos gemacht habe. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt De-Abos gemacht habe. Und dann bekomme ich gleich so viele De-Abos. Und das hat natürlich schon meine Motivation ein bisschen genommen. Aber trotzdem habe ich durchgezogen. Ich habe gemerkt, wenn ich durchziehe, dann läuft das. Und ich habe das auch mit Spaß weiter durchgezogen. Es war jetzt nicht so, dass ich mega abgefuckt war. Aber man ist schon ein bisschen demotivierter, wenn man merkt, der Kanal läuft nicht mehr so krass. Ja, dann 2018 ging es ja los, dass ich mit meinen Meinungsblogs großen Erfolg hatte, sage ich mal. Die Videos, die waren nicht krass, aber der Erfolg, der war trotzdem krass am Start. Ich hatte in zwei Monaten über 30.000 Abos gemacht. Da kann ich euch sagen, wenn der Kanal so krass läuft und die Motivation ist groß, dann ist der Spaß extrem vorhanden. Und du bist halt so gepusht, dass du weiter Videos machst. Das war zu der Zeit extrem der Fall. Also wenn du weißt, dass jedes Video bei dir über 40.000 Aufrufe macht, 50.000 Aufrufe macht, für einen Kanal mit 30.000 Abonnenten, dann kann ich euch sagen, habt ihr sehr viel Spaß an YouTube. Weil ihr könnt, egal was ihr sagt, ihr könnt euch sicher sein, dass die Bewertungen krass sind, dass die Aufrufe krass sind, dass die Kommentare krass sind. Gut, bei mir, die Videos, die waren halt so kurz, dass geldmäßig nicht viel bei rumkam. Also da mache ich jetzt sogar mittlerweile mehr Geld als damals mit 1,6 Millionen Aufrufen. Das ist gestört. Also ich hatte wirklich mit 1,6 Millionen Aufrufen 400 Euro bekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja wirklich, das ist ein CPM von 0,25. Das ist gestört, aber so war es damals. Ich hatte das ja schon ein paar Mal preisgegeben. Das ist wirklich, es ist ja noch nicht mal gelogen. Bei 1,6 Millionen Aufrufen waren es wirklich 400 Euro. Krasse Sache. Aber ich hatte da riesigen Spaß. Und ich sage mal so, ich glaube 2019 war dann der komplette Dämpfer bei mir drin. Ich habe meinen Kanal umgestellt, mein Content gewechselt. Und ich kann euch sagen, es war eine Befreiung, mein Content erstmal zu wechseln, dass ich erstmal das mache, worauf ich Lust habe. Und es hat mir viel Spaß gemacht, das ein Jahr lang fast durchzuziehen oder ein Dreivierteljahr durchzuziehen. Das Ding ist halt, ich glaube der Spaß schwindet, wenn du merkst, dass der Content nicht mehr ankommt bei den Leuten. Du hast eine Community mit 80.000 Abonnenten aufgebaut. Und deine Zuschauer oder die Leute haben immer 30.000, 40.000 Mal deine Videos angeklickt im Durchschnitt. Und auf einmal änderst du dein Content. Die Leute schauen immer noch so, ein paar Leute schauen noch deine Videos. Es hat immer noch so 10.000, 20.000 Aufrufe. Und auf einmal merkst du nach und nach, bis zum Dezember 2019, merkst du nach und nach, wie dein Kanal den Bach runter geht. Ja, die Videos machen nicht mehr nur noch 10.000 bis 20.000 Aufrufe, die machen dann nur noch 8.000, dann nur noch 7.000, irgendwann nur noch 3.000 Aufrufe. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, es macht doch keinen Spaß mehr. Ja, es macht keinen Spaß mehr. Also für mich, ich mache zwar Videos, die mir an sich Spaß machen, aber wenn ich merke, das kommt bei niemandem da draußen mehr an. Ich habe kaum noch Kommentare, ich habe kaum noch Bewertungen. Und wenn die Bewertungen sind, dann sind die teilweise negativ. Und kaum noch Aufrufe, dann merkst du einfach, dass dir der Spaß fehlt. Du willst das ja für ein Publikum machen. Und wenn du merkst, dass die Irrelevanz reinkickt, ich glaube dann, dann zieht es einiges an einem Spaßfaktor auf YouTube ab. Und als ich dann mitbekommen habe, dass es so nicht weitergehen kann und dass mein Kanal dadurch komplett am Arsch ist, dann habe ich mir gesagt, weißt du was, ich probiere es wieder mit Meinungsblogs. Und ich hatte auch wieder Bock auf Meinungsblogs, weil wenn du ein Dreivierteljahr nicht mehr wirklich die Meinungsblogs machst, womit du groß geworden bist, dann fehlte das auch ein bisschen. Dann habe ich mir gesagt, ich mache wieder Meinungsblogs, aber diesmal mache ich nicht so diese Billo-Meinungsblogs wie früher, wo ich einfach nur drei Minuten über irgendwas rede, sondern ich ziehe durch. Ich mache wirklich Meinungsblogs, wo die Leute sagen, Alter, da möchte ich auch abonnieren, ich möchte die Videos schauen. Ich mache informative Meinungsblogs und da möchten auch Infos wirklich drin sein. Und dementsprechend ist die Videolänge auch größer. Und seitdem ich diese Videos mache, die auch über 8, 9, 10, 11 Minuten gehen, seitdem merke ich auch, dass mein Kanal wächst und seitdem merke ich auch, wie viel Spaß mir YouTube wieder macht. Also ich glaube, jetzt ist gerade die Phase, wo ich so viel Spaß auf YouTube habe, dass ich noch nicht mal entscheiden könnte, womit ich mehr zufrieden bin, ob mit YouTube oder mit Twitch. Mir macht einfach beides momentan so extrem viel Spaß und ich kann euch sagen, vor einem Dreivierteljahr habe ich schon gesagt, Twitch ist das, was mir zu 1000% Spaß macht und YouTube macht mir gar keinen Spaß mehr. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich das gleichrangig finde und YouTube, ich habe an YouTube echt mega viel Freude derzeit. Ja, es läuft gut, meine Videos, die kommen gut an. Ich habe pro Video über 10.000 Aufrufe, was will ich eigentlich mehr? Ich mache am Tag 100 Abos. Wann hatte ich das letzte Mal einen Monat, wo jeden Tag 100 Abos reinkamen? Also das ist doch absolut gestört. Im letzten Monat habe ich 4000 Abos dazu bekommen. Das ist doch gestört und das zeigt mir einfach, dass die Videos gut ankommen, dass viele neue Leute dazu kommen und dass die Leute nicht wegen dem Push dazu kommen. Die Leute, die kommen jetzt nicht deshalb nur rüber, weil irgendjemand auf mich reagiert hat, weil jemand über mich gesprochen hat oder weil ich eine Kooperation mit jemandem gemacht habe, sondern die Leute kommen rüber, weil die Videos empfohlen wurden. Die Leute schreiben, ah ja, Alter, ich habe deinen Kanal gerade neu gesehen, finde deine Videos gut, ich habe ein Abo da gelassen und das pusht mich extrem und das sehe ich momentan sehr, sehr häufig und das freut mich auch. Ich merke dann selber, Alter, die Leute wollen meine Videos sehen und ich glaube, das motiviert einen extrem. Und dafür mache ich momentan auch die Videos. Und ja, dieses Feedback ist halt riesig und ich merke halt wirklich, dass sich das Ganze auch mittlerweile lohnt. Und ja, dementsprechend kann ich sagen, ich glaube, die Motivation, der Push war, außer vielleicht 2018, wenn mein Kanal so krass gestiegen ist, war glaube ich sonst noch nie so hoch wie jetzt. Ja, deswegen werden die Videos auch weiterhin rausgehustelt bei mir. Ja, ich versuche dann noch mehr Leidenschaft, noch mehr Motivation bzw. noch mehr Arbeit reinzustecken, damit sich das noch mehr qualitativ verbessert. Jetzt habe ich ja mittlerweile auch ein Ansteckmikrofon und ich hoffe, die Qualität ist ganz gut. Ich habe das jetzt irgendwie pekeln können und ja, ich hoffe einfach, dass sich das alles, ja, ja, dass das alles noch ein Stück weiter nach oben läuft, noch besser läuft, dass ihr vielleicht eines Tages die 100.000 Abonnenten erreichen könnt. Das wäre natürlich schon ein Traum und ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung reinschreiben, wie ihr das momentan bei mir so empfindet. Findet ihr, jo, die Videos, die haben sich echt verbessert oder sagt ihr, ah, früher die Videos, die fand ich auch ganz geil mit dem Gameplay im Hintergrund oder was weiß ich. Schreibt das gerne mal rein und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön, Stängchen ans Wängchen, euer Alpha Kevin und ciao.